Ja, wir warten. Wir chillen uns. Rai ist noch da drüben. Lagerfeuerlied. Wieso nehmt ihr nicht einfach ne Fackel? Sag der Richtige. Ich werde mich von anderen mit ner Fackel aufwärmen gucken. Ich glaub Ike darf die Tür aufmachen. Oder? Darf ich auch machen. Oh. Oh. Hallo. Ach stimmt ja, da war ja was. Komm wir spielen Tennis. Ach stimmt ja. Na los Cassie. Das ist deine Familie. Ich sammle nur die Zähne ein. Wofür willst du denn die Zähne haben, Ike? Äh, mach ich nur ne Kette draus. Einer hat sich die Kiefer aufgeregt. Warte. Haha. Dich hab ich noch bekommen. Ferkel. Äh. Alter, Ike. Wir sind da auch wieder Leute hinter. Ah, da war ja das, ja wir sind richtig. Da gibt's den Körper vom Roboter. Körper, Körper. Ganz langsam. Lauf. Schneller. Ja. Wird als gestorben. Der Fuß, glaub ich. Der Fuß. Ja. Oh. Der Fuß. Das Spielzeug. Demis Spielzeug. Doppelt. Selbstmauer. Was trinken? Ich bin eigentlich guter Vater. Nee, bist du nicht. Wenn ich das sage, dann bin ich das B. Ach Tyrox, kennst du die Stelle hier noch? War das die? Ähm, ich glaub. Cassie hängt hinten. Was ist das hier zu hell? Cassie, auf, du sneaken. Ich sneaked nicht, ich hab grad nur gesneakt, um durch den Stein hier zu kommen. Oh je. Hier sind wir. Ach, ich werde mal eine Machete benutzen. Hey, mach halt mal hier. Hugga, Hugga. Cassie, da hinten ist ein Helikopter, da kriegst du die Machete. Ja. Machete, Machete, Machete. Ja. Ach, das ist drei. Ich geh schnell hin. Ah. Ah. Ja, ja. Guck mal, das ist wie so ein kleiner Ameisen. Du bleibst da unten. Runter mit dir. Apropos, ich brauch, äh, nee, brauch ich gar nicht, ich hab voll. Ah, nein, Cassie, ich grütte dich von deiner Großmudi. Hey, der hat mein Pfeil. Yes. Müssen wir da nicht tauchen? Abmittag. Hey, mein Pfeil, hallo. Hi. Ich will mein Pfeil wieder. Müssen wir jetzt nicht tauchen? Ich hoffe, meine Pfeile echt wert, weißt du? Äh, ja, ja, tauchen musst du jetzt. Das wird toll. Nein, da. Wille. Ja, wir sind gleich wieder da. Ey, meine Pfeile. Hast du gespeichert dein Tor? Oh, da sind ja Freunde. Ich geh auch da hin. Schau mal, da sind Freunde. Ich brauch Wüste. Also, ja. Da ist ein großer Freund. Oh, nee. Vielleicht bleib wegen deinen Pfeilen. Meine Pfeile sind einfach das A und O. Nein. So, nichts, nichts. Nichts geht um Pfeile. Doch. Nein. Jo, greif doch den da hinten an. Haha, das war schön. Warte, ich brauch Pfeile. Warum hast du nur drei? Nee. Aber ich brauch die. Nein, lass mich hier hoch. Komm doch, Pär. Es war dezent verfehl. Melvin, das hast du schon mal besser gekonnt, ne? Ich schieße doch gerade. Weißt du, wie man das macht? Ich hab die Pfeile. Ich hab die Pfeile. Ähm, Alter, da sind die Pfeile drin, die ich... Komm mal, er ist. Er ist. Er ist tot. Alter, was schlägt er mich? Ich hab jetzt nur noch 18 Stück. Guck. Tybox, beruhig dich mal, was schlägst du mich und... Hier ist noch ein Pfeil. Melvin, hier ist noch ein Pfeil. Danke. Ich hab dich gar nicht ausgelastet, aber egal. Guck mal, wie einfach das geht. Ich liebe überall Einzelteile. Heute gibt's Matt. 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 Aber wartet mal, das ist ein geiles Thumbnail. Das muss ich von oben fotografieren. Wenn ich hier hochkomme. Heute gibt's Matt. Geiles Thumbnail. Ein Kilo Matt. Oh, scheiße. Senti is warned. Na dann, ich würd sagen, alle die tauchen können, ab auf Tauchgang. Tauchgang, Cassie, halt die Luft an. Aber es geht, man kann sie, man kann euch im Wasser wieder heilen, also so lebendig machen. Dann, dann. Oh, ich müsste vielleicht mal erstmal ausrüsten. Also nochmal zurück. Ich möchte nicht ertrinken. Du ertrinkst nicht. Wo bist du denn? Ich und Cybot bleiben hinter dir, dass wir dich instant heilen können, wenn du da unten bist. Dass du immer weiter schrunkst. Ich glaubst, dann ertrinkst du mich. Okay, hier Tyrox, Melvin, wir lassen Cybot und Cassie vor, dass wir die instant heilen können, wenn sie K.O. gehen. Es ist extrem dunkel, ich hab keine Ahnung. Ja, deswegen muss einer von denen mit Tauchausrüstung vor. Tyrox, du bleibst vorne. Was? Ich bin jetzt gerade da drin? Oh, Mann. Verplanung. Also wieder hochtauchen. Hey, hier, kommst du mir runter. Mann, ernsthaft? Ich tauche jetzt gerade nach unten. Okay, los. Ich tauche auch wieder nach unten. Moment. Ich seh da ein inneres Cybot. Was? Ja. Ja, was jetzt? So. Welche Richtung, Tyrox? Tyrox folgen. Wartet! So, äh... Tyrox, wo willst denn du hin? Du musst warten. Hä, warte mal. Was für Warten, Alter? Ich stehe gleich. Da lang. Hä? Nee. Ich will gleich schon schaden. Ike. Hä? Nicht doch da lang. Da lang. Wir müssen bloß den Splittern hier als den Polzdingern im Wasser folgen. Ich hab nicht mehr. Das wird witzig. Das wird witzig. Das wird witzig. Ihr seid alle so schnell. Hilfe, wo muss ich hin? Hier zu mir. Ike. Hier zu mir. Hä? Mein stirbt instant, ne? Ich bin tot. Mein tot. Warte, ich komm zurück. Ich komm zurück. Ich komm zurück. Aber man kann die Sachen aufheben. Man kann die Sachen aufheben. Ja, man stirbt instant. Scheiße. Scheiße. Oh, hi, Cassie. Nur aufpassen, dass die Sachen hier sind. Loote. Also, im Wasser war nichts mehr. Ernsthaft nicht? Nee, also, weil... Ich weiß nicht, ob Tyrox Cassie erst gelootet hat. Nee. Also, bei Seibert ist was drunter gefallen. Ich muss es halt gerade wieder suchen. War noch hinter sein. Ja, hier liegt es. Warte, wir können doch in den Kessel reinspringen, Cassie. Ja, dann seid ihr aber wieder vorm Tauchgang. Dann müsst ihr wieder tauchen. Was bringt es denn? Ja, aber... Ah, fuck. Du musst beim Kessel dann tauchen. Das könnt ihr doch nicht. Also, hätte ich nicht warten müssen, hätte ich es vielleicht geschafft. Aber ich bin... Ich kann es zwar nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, aber ich... Man kann es fast... Ich glaube, man kann es schaffen. Man darf nur nicht warten, sondern man muss direkt straight durch. Es gibt halt auch keine kleinen Luftlöcher, oder? Wollt's was trinken? 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 Ich hab mich geklont, bei mir... Steht weit... Irgendwo oben... Schau mal... Hinter dir, Eyck. Tatsache! Willst du... Und ich bin hier. Hallo Leute! Oh wow, ich wollte so was... Äh... Äh... Guckt mal da hoch in die Ecke! Ah, ähm... Hä? Hast du dann Zwilling mitgebracht? Scheiße! Das ist Scheiße! Ja Cassie, genau! Da! Hier! Immer weiter zu uns kommen! Hier! Ah! Der Name! Hier, Cyborg abspeichern! Ja, siehst du doch! Kriegst du's hin Cassie? Ja, dauert halt nur ne Weile! Jaaa! Kannst du das? Jaaa! Ist das Licht? Natürlich, die hat doch selber dich, du Kneipe ohne! Nein! Geh ins Licht! Hier, aufhärm! Achso, ja! Wärmt dich auf! Wärmt dich auf! Moin! Wat geht's? Tennis! Tennis! Hebt euer Zettel hier auf! Den Zettel da! Ich bin der neue Champion! Ach, den hab ich schon! Oh, der ist getaucht! Oh, endlich! Hat jemand noch was zu essen? So, Cyborg, hier müssen wir runter! Ne, leider nicht! Okay! Und tschüss! Tennis! Schon ab, Frank! Alter! Mensch, Cyborg, jetzt mach hin! Und mach dich nicht so fett! Der musste der Person vor mir sagen! Och! Geht mit Tyrox in die Bahn! Ja, der zerstört die halbe Höhle, der Dude! Ähm! Ehm! Ehm! Den nehm ich mal mit! Okay, Tyrox! Ja, doch! Deine Frau... Frau läuft doch hier unten mit rum! Vergnüge dich mit der! Ja! Er zieht! Ach du Heiliger! Wie liegt der da? Ey! Nein! Lass ihn zurück! Lass ihn zurück! Schnell weg! Lauft! Lauf! Komm! Okay! Ach Mist! Da ist er ja schon wieder! Ey! Oh! Ich hab immer noch... Oh! 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 Was war das, Cassie? Was war das? Eingerollt! Ähm! Kletterhaken! Lalalalalalalalalalalalalalalalalala! Cassie, hast du zugeguckt, wie Melvin das gemacht hat? Ja! Wie Ike! Und dann einfach nur mit Anlauf da rüber! Ich habe jetzt einfach Sneaken gedrückt, ich Idiot. Das habe ich auch gemacht, als ich den Kletterhaken nicht hatte. Okay, ich nehme den Kletterhaken. Ich habe jetzt nur noch ein Drittel Leben. Also Cassie. Normalerweise müsst ihr das in den Hals an. Guck mal genau hin. Äh, Melvin. Achso, sie ist oben. Wartet ihr bitte auf mich. Melvin, sie zetsch jetzt gesagt, springst du noch mal runter und gibst dir den Kletterhaken. Den kannst du ja traden. Ach stimmt. Ja, das sind wir ja. Hat jemand vielleicht noch Essen? Ich bin voll der Springkönig. Bleib mir mit dem Teil vom Leib. Ich bin fast verhungern so. Liga, was hat der mit der Mariete gemacht? Ich habe Zähne dran geklebt. Sekundenkleber regelt. Zahnpasta. Hast du Essen bekommen, Melvin? Ey, Sekundenkleber regelt. Äh, ich kann dir halt nur hier. Oh, scheiße. Nein, kein Stock. Ein Schokoriegel. Wo ist meine Mariete? Okay, danke. Ich habe die Mariete nicht mehr. Ich glaube, das reicht bis dahin. Was macht... Nee, nee, nee. Nee. Die wollen definitiv auf der Insel bleiben. Komm, Mike. Ich will hier nicht länger bleiben. Ja, also wir leben hier schon bei... ... manchen Generationen. Wartet auf mich. Ich will hier nicht bleiben. Huch. Jetzt möchten wir alle nicht. Boah. Ich weiß schon, wieso ich zurückgebliebt bin. Das war eine gute Entscheidung. Lauf nicht weg. Ja, gut. Den sein Messer ist eindeutig OP. Von wem? Vom Tyrox. Da hat die Mariete einfach komplett mit Gehen vollgemacht.